Wer gibt es in der Platte geiste? Wer gibt es in der Platte geiste? Robben Sie des Wortes Kraft Der Gesinnte Platte geiste Robben Sie des Wortes Kraft Der Gesinnte Platte geiste Robben Sie des Wortes Kraft immer haben sie des Wortes Kraft. Miliall, Miliall, Miliall mit seinen Kindern, so getrunen, denn zum Hinden, das ist keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft. Miliall mit seinen Kindern, so getrunen, denn zum Hinden, das ist keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft. Bei gesinnten, platten Geister, bei gesinnten, platten Geister, da wird sie des Wortes Kraft, des Wortes Kraft. Bei gesinnten, platten Geister, bei gesinnten, platten Geister, bleiben sie des Wortes Kraft. Miliall, Miliall, Miliall mit seinen Kindern, so getrunen, denn zum Hinden, das ist keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft. Miliall, Miliall mit seinen Kindern, so getrunen, denn zum Hinden, das ist keine Nutzenschaft, keine Nutzenschaft. Musik Und wer will doch des Satans ließ erzeln, wenn er das Wort dem Herrn raubt, das unverstanden blind, der Schaden nicht versteht, noch glaubt. Es werden felsen Herzen, so gut auf Trenner stehen, ihr Eigenheil verscherzen, ihr Eigenheil verscherzen und ein zugrunde gehen. Es wirkt ja, Christi, letztes Wort, das heißen Selbsterspringen, des Enkelsands bewegt es grabe Stein. Ja, wo sich doch ein Tod aus einem Berge Wasser bringen, felsst du, O Herz, O Herter's Land. Ja, wo sich doch ein Tod aus einem Berge Wasser bringen, das ist ein Tod aus einem Berge Wasser bringen. Musik 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 Musik